Willkommen bei Moabit TV, Folge 21, wie immer, aus dem Rathauscafé Turmstraße 85. Heute zu Gast ein richtiger Handwerker, einer der noch Hand anlegt hier in der Elberfelder Straße, Andreas Zandonay, ich grüße dich. Ja, guten Kiez, hallo. Bäckermeister, wie gesagt, in Moabit, jemand der noch selber Hand anlegt. Andreas, erzähl mal, wie groß ist dein Betrieb, was macht ihr, nicht nur Brötchen? Ja, wir haben die komplette Produktpalette von Gebäcke, Pralinen, Trüffel bis Brot, Brötchen, was wir alle selber herstellen. 98% unserer Ware stellen wir selber her, dafür haben wir einen sehr hohen Personalaufkommen. Ich habe beschäftigt 13 Leute in meiner Firma. 13? Für so einen kleinen Betrieb in der Seitenstraße ist das eine Menge, aber weil wir alles selber herstellen. Und auch sehr viele Lieferkunden haben, wie den Schweizer Hof, Novo Hotel. Also wir haben auch größere und gute Häuser, die wir beliefern, die auf Qualität sehr hohen Standard liegen. Ja, ja. Und welche Aufgaben haben deine Mitarbeiter? Also es werden jetzt nicht alle nur Bäcker sein, sondern es gibt ja auch Spezialkräfte. Ich habe gesehen, ihr habt Konditor. Ja, wir haben das ein bisschen, also ich lege schon darauf Wert, dass die Konditoreiware von einem Konditor hergestellt wird. Es gibt viele Betriebe, wo die Bäcker die Konditoreiware mitmacht. Da sieht man an den Produkten, sie sind groß, klobig und da fehlt ein bisschen die Feinheit drin. Also bei mir waren die Bäckereien Brötchen, Brot und eventuell ein paar Blechkuchen. Und die Konditoren, die habe ich splittet in eine grobe Konditorei, eben mit Torten und sowas. Und dann habe ich einen Feinkonditor. Ein Konditormeister hat eben nur Trüffel, Pralinen, Dominosteine hergestellt und Marzipankartoffeln. Das ganze Weihnachtssortiment stellen wir selber her. Dann 14 Sorten Dominosteine, die ihr hier habt. 14 Sorten. Ein Dominostein wiegt 11 Gramm und wir haben 170 Kilo Dominosteine hergestellt. Ja. Das muss man sich mal in der Kalkulation sehen, wie viele Dominosteine da sind auf dem Berg. Man merkt schon, du bist vom Fach. Du weißt genau, wie viel Gramm Zucker in den Kopf kommt. Du siehst den tagtäglich. Es ist nicht so, dass es also TK-Ware mäßig angeschifft wird. Und das rechtfertigt für mich natürlich auch den Preis, wo manche Kunden ja trotzdem noch mit dem Kopf schütteln. Wo ich mich frage, so Leute, kriegt ihr eigentlich mit, dass da eine Menge Aufwand hinter ist? Und dass es eigentlich immer noch günstiger ist, als wenn man in anderen Städten unterwegs ist? So zum Beispiel, wenn ich meine Kollegin aus Stuttgart bei euch im Laden zu stehen habe, die schüttelt ja meinen Kopf und sagt, wie kann man das denn so billig und dann noch aus Hand herstellen? Der ganze süddeutsche Raum ist ja anders strukturiert. Der Norden wie Hamburg, Berlin, das sind alle schwache Staaten, also Bundesländer. Weil wir haben zu kämpfen mit Backshops, mit den ganzen TK-Firmen. Das ist in München, Stuttgart und die ganzen Baden-Württemberg. Da ist sowas alles nicht in der Masse. Da gibt es noch richtige Betriebe, wo man sagen kann, so eine Kombinationsbetriebe, ein Bäcker, ein Fleisch, ein Laden. Beide haben eine Auffahrt vor dem Betrieb, wo die Leute praktisch parken können direkt vor dem Geschäft. Was in Berlin ja ja nicht die Struktur dafür ist. Aber trotzdem habe ich immer gesagt, ich will mich nie auf diese Schiene einlassen, dass ich eben Lichtware verkaufe und mich den ganzen Ketten anschließend. Dann setze ich mich ja von der Qualität nie ab. Ja, nee, um Gottes Willen, bitte bleib so wie du bist. Ich möchte nach wie vor so haben, wenn ich da ein Brot kaufe, ein Vollkornbrot, dann halte ich dir für, wenn ich das morgens teile, dass ich nur noch Körner im Mund habe. Da ist wirklich richtig noch das Korn drin, was man sich da auch auf dem Preisschild anschaut, sag ich mal. Wir haben zusammen eine Spendenaktion gemacht. Das heißt, du bist im sozialen Bereich auch aktiv. Du hast immer ein Herz für Situationen und für Menschen in deinem Umfeld, aber auch speziell für dich, weil du dich ja auch privat getroffen hast. Wie erfolgreich war die Aktion für dich? Also ich war schon erschrocken in dieser Hinsicht, dass das beim ersten Mal so gut angenommen worden ist. Auch von der Summe, die zusammengekommen ist. Wir haben ja für die Kinderkrebsklinikum das Wurschuhkrankenhaus gespendet. Station 30, ne? Station 30, ja. Aus diesem Grund auch, weil eben unser Sohn da gelegen hat und verstorben ist auf der Station und wir trotzdem ein gutes Verhältnis zu der Station haben. Und wir das Elende sehen haben, woran die Leute sparen. Autos, Benzin, das können sie sich alles leisten. Aber einen Tag mal auf diese Stationen zu verbringen, was da kaputt ist oder was da fehlt. Mit Kleinigkeiten, was man den Kindern gut tun kann. Ja, Spielzeuge, DVD, Spieler und so. Andere sagen, für was braucht ein Kind ein Fernseher, wenn so ein Kind da auf der Station liegt und das Zimmer nicht verlassen kann und nur den Ferne da umhat. Ist das für das Kind in der letzten Phase ein kleiner Punkt, wo er sich darauf konzentrieren kann, ablenken kann und so. Und da wollten wir einfach was Gutes tun. Der Oberarzt der Kinderklinik war bei uns, der war sehr erschrocken, was wir in der kurzen Zeit an Stunden gesammelt haben. Wir werden die Aktionen dieses Jahr auch wiederholen, das steht fest. Wir werden die Straße mit einbinden. Super. Und ihr will noch weiter aktiv werden im sozialen Bereich. Wir werden zum Beispiel den warmen Otto vom Morbid. Da kriegt jeder Obdachlose dieses Jahr von mir eine Stolle geschenkt. Ja. Weil viele Leute, wenn es einem selbst ein bisschen besser geht, soll man abgeben. Ja, genau. Das vergessen die meisten. Und wie schnell kann man heute obdachlos werden? Durch einen Beruf verloren, Scheidung. Das geht heutzutage so schnell. Und dann diese Leute gehen die anderen vorbei und sagen immer, der Alkohol, die Drogen, das sind aber immer die Faktoren. Man kann so schnell in so einen Kreislauf reinrutschen. Und wenn man das Elend sieht, dass sie über kalte Winter so lange draußen liegen und frieren oder sich, manche erfrieren sogar. Ich habe gesagt, möchte man mal eine kleine Sache dahin gut tun. Ja. Also ihr merkt schon, Andreas Sandonai ist ein Mann mit Herz. Und ich war damals gerne dabei und werde auch immer wieder zur Seite stehen, wenn so eine Aktion starten. Meine Unterstützung und meine Werbung hast du über Morbid das Beste. Das werden wir bewerben. Und wir müssen natürlich die Bürger immer wieder bitten, mitzumachen. Ja, das ist ja das, was viele noch nicht so wahrgenommen haben. Die lesen es in der Zeitung. Das, was Schlimmes passieren kann, ist egal in welcher Situation. Aber wenn man da mitten hier selbst getroffen ist, dann lässt man sich das nicht an sich ran. Und das ist eben das Traurige, was wir ein bisschen noch haben. Ja. Und das alle natürlich immer das gleiche Problem. Alle sagen immer, ja, ist natürlich blöd, aber keiner bewegt sich, um mal wirklich was zu ändern. Also keiner... Auf eine Art kann ich das aber auch verstehen. Wiederum, wenn man in den Medien liest, es wird so und so viel spendet und es kommt nur so und so viel an, ist man natürlich auch enttäuscht. Bei mir war das Ziel, ich möchte 100% gespendet haben und gebe auch 100% weiter. Bei mir hängt die Spendenquittung im Laden. Da ist keine Buchhaltung, nichts. Nichts zwischen. Ich habe 100% 2.500 Euro weitergegeben, die wir zusammenbekommen haben. Und davon hängt auch die Spendduplikate im Laden, dass dieses Geld zu 100% angekommen ist. Das war mir wichtig. So soll es nämlich sein, Leute. Also Spenden sammeln und dann gleich an die richtigen Stellen, damit es ja nicht irgendwo für Buchhaltung drauf geht. Wunderbar. Was ist in Zukunft geplant? Ich weiß, du hast, du stehst früh auf, das ist klar, das macht jeder Bäckermeister, aber du stehst auch früh auf, weil du Hotels belieferst. Du hast einen guten Stamm an Hotels. Neue auch dazubekommen, hast du mir erzählt. Ja, wir sind wieder am Neuen dran, am Place Croix. Das ist Nürnberger Straße, das ist ein sehr großes Haus. Und wenn das klappt, dann bin ich natürlich mit meiner Kapazität auch ausgelastet. Du hast schon wieder jemanden mit eingestellt? Ich habe neune Sellen bei mir eingestellt und mir war ganz recht, dass momentan die Phase ein bisschen ruhiger war. Durch den Jando, im Jando ist ja meistens eine Ruhephase. Und dass derjenige die Möglichkeit hatte, sich einzuarbeiten und Fuß zu fassen, weil jeder Betrieb ja anders arbeitet, jeder hat einen anderen Qualitätsstandard und sowas. Und Nürnberger hat sich gut eingearbeitet und jetzt kann das Hotel kommen. Läuft es. Und den Schweizerhof hast du auch? Den habe ich seit acht Jahren. Das muss man ja auch mal sagen. Schweizer Hof, acht Jahre lang kommen die Brötchen aus Moabit vom Bäckermeister Andres Zanderlei. Also es ist eine Seltenheit heutzutage, dass man in so einem Fünf-Sterne-Hotel so lange drin ist. Ja. Also meistens nach drei, vier Jahren, wenn Küchenchef wechselt, bringt der meistens aus einem anderen Hotel seinen Bäcker mit. Aber da ich da der Direktor, weil ich auch einen guten Draht zu mir kriege, habe, dem Direktor, der auch bei der Wohltätigkeitsveranstaltung war, war der auch bei. Wie gesagt, der schätzt unsere Qualität und wir bleiben da drin und da haben wir keine Probleme. Super. Also das rechtfertigt jeden Preis, möchte ich dir mal sagen. Und du bist, wie gesagt, Nougataler für einen Euro noch, das gibt es so nicht, das ist per Hand gemacht. Ich habe gestaunt, seid ihr jetzt ehrlich. Jezelle eingestellt, wie sieht es aus mit Lehrlingen bei dir? Ja, wenn ein Lehrling Interesse hat, wo die Lehrling wieder einstellen, aber man muss so von den Seiten der jungen Leute ein Interesse sehen, dass sie wirklich wollen. Weil ich habe jetzt ein paar Mal eine Enttäuschung gehabt, da habe ich Leute genommen, auch mit schlechteren Noten, wie ich ja schon mal gesagt habe. Ich habe einen Lehrling ausgebildet, der kam nur mit Sechsen, hat keinen Schulabschluss gehabt und ist in Berlin bester Lehrling geworden. Man muss sich mit den Leuten natürlich auch befassen, die Leute einfach nur am Waschbecken stellen und sagen, du mach sauber, das geht nicht, du musst den Leuten was beibringen. Und jetzt habe ich zweimal einen Lehrling gehabt, die auch schulisch nicht so gut waren. Und einer hat nach einem halben Jahr und der eine hat nach einem Vierteljahr hingeschmissen. Und da habe ich erstmal eine Pause genommen, weil das auch sehr anstrengend ist. Ja klar, da musst du immer neu einarbeiten, dann brechen sie ab und dann fängst du von vorne an. Also, liebe Jugend da draußen, wenn ihr Bäckermeister werden wollt oder in eine Lehre gehen wollt, dann mit ernsten Absichten bei Andreas Zandonei melden. Ihr merkt, es gibt noch Lehrstellen. Und man lernt auch was Gutes. Genau, und man lernt auch was Gutes, vor allem bei den richtigen Leuten. Also ihr geht dann nicht mit den Brötchen tiefgekühlt in den Tiefkühlraum, sondern ihr backt die von A bis Z. Andreas, ich danke, dass du da warst. Ich danke dir auch, Käpt'n. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Wir sehen uns in der Elberfelder Straße. Ich hoffe, dass du so weitermachst, wie du jetzt bist und dass das alles so bleibt. Machen wir so. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss.